Also, ich kann ja schon mal in die beste Welt reingehen. Ich habe das falsche Gerät eingestellt, das Eingabe-Gerät. Also, Ziel... Ich bin Henry! Genau. Pass auf, wichtig. Ziel ist, wir müssen auf die Seite, wo der Pfeil ist. Alles in diesem Spiel tötet. Guck mal, was ich kann. Was ich hier kann mit meinen... Ich bin Katzen-Mario, nur ohne Mario. Und... Einfach nur Katze. Okay, danke. Wir können uns gegenseitig töten, indem wir auf den Kopf springen. Sollen wir uns auch töten? Nein, wir müssen versuchen, auf die andere Seite zu kommen. Warum bin ich tot? Weil diese Blume dort ist... Oh, sehr gut. Ich habe gar nicht gesehen. Und jetzt kommt das Beste. Wir kriegen ein Recap, wo wir alles gestorben sind. Also, ich bin durch. Ja, es reicht, wenn einer durchkommt. Es reicht, wenn einer durchkommt. Und, ihr seht, es gibt zwei goldene Münzen, die müssen wir sammeln für Secret-Levels. In jeder Welt? In jeder Welt? In jeder Welt. Oh Gott, ich habe... Nein, haben wir nicht. Wartet, wir haben ein Problem. Selina hat gerade rückwärts angemacht. Die böse... Böse Frau. Ich weikere mich. Nee, mit die Hangen, mit die Fangen. Nee, das geht nicht. Ich kann das gar nicht. Du kannst den Controller doch einfach umdrehen. Ach so. Ja. Du Arsch. Das ist Selinas Schuld, nicht meine. Wo bin ich denn? So etwas habe ich noch nie in meinem Leben gemacht. Ich würde es auch in meinem Stream nie machen, weil es einfach nur eine Qual ist. Wer bin ich denn? Danke für... Hä? Ach so ein Stacheln. Wer bin ich denn? Ich habe... Du bist ja lila, ne Frosch. Aber mir passiert nichts mehr. Mein Frosch bewegt sich nicht mehr. Ich habe ein Bild rausgekriegt. Ach ja. Ach ja, ich habe... Ich will das auch noch mal. Hä? Woran bin ich gestorben? An nichts? Ich bin dir auf den Kopf gesprungen. Ach so. Ach, dieses Sturm gedreht, du Mist. Rückwärts ist echt eine Problematik, Selina. Ah, da bin ich. Ich bin jetzt grün. Ich bin jetzt grün. Ah, guck mal hier. Ich habe gewonnen. Ja, Glückwunsch. Münzen. Oder wollen wir die nicht einsammeln? Doch, die müssen wir einsammeln, die Münze. Ach so, die Münze. Die Münze einsammeln. Ach, shit, die Scheiß. Ich bin schon hier am Ende, am Ende der Galaxie. Oh Gott, tot. Dankeschön, Selina. Wir machen das toll. Jeder kommt mal nicht hoch. Man muss das anders machen. Ja, wir müssen auf der rechten Seite... Ja. Oh Gott. Wir töten uns zu viel gegenseitig. Einer nach dem anderen, okay. So. Hopp, hopp, ein Trugstub. So, zack. So, zack, überhaupt kein Problem. War ein Doppelsprung oder Erfahrung? Nee. Du kannst anwenden. Du kannst anwenden, kannst du... Oh Gott, das ist die Scheiß. Nein! Du kriegst einen Sprung anwenden. Genau so. Nein, da ist eine Blume unten. Ähm, mit Triggern, mit den Triggern, äh, macht ihr einen Dash. Mit Trigger kann ich gerade nichts benutzen. Wie lange muss ich auch nicht die Triggers benutzen, wo sie noch niemals waren. Zehn mich eigentlich im Ernst, zehn Minuten. Doch, vor allem, letztens hatten Selina das auf, hat Selina und Mengi das auf 30 Minuten hochgepusht. Ich hoffe, dass es limitiert auf eins pro User oder so. Äh, äh, ist der Dash das gleiche wie diese Attacke? Was für eine Attacke? Äh, wenn ich spät drücke. Jetzt haben wir die Münze, ja, Attacke ist. 50 Minuten waren das. So, wir haben die Münze. So, es gibt zwei in der Welt, oder was? Insgesamt zwei in der ganzen... Au, warum? Das fiel. Au. Oh, was war das denn gerade? Er sagt Knopf. Du böser Mann, du. Was macht das Eifelchen? Oh, who's that? Geh mal hin, geh mal hin. Geh mal hin, folge mal. Hab ich. Hab ich nicht, das ist die Tür. Aber wir haben eine Errungenschaft bekommen dafür. Glückwunsch. Oh Gott. Ich beschränke mich jetzt auch aufs... Hä? Warum? Dicke, warum, Sau? Weil ich am... Weil ich am... Wo bin ich mit dem Sprung? Du müsstest aber sehr ewig aussehen. Ach so, dann muss man dashen. Ach, das ist nur der falsche Knopf. Ich kann nicht dashen, momentan. Warum nicht? Ich hab dash statt Sprung gemacht. Keine Ahnung. Dann dash nicht, dann mach einfach... Du kannst in der Luft springen, in der Luft springen. Da, wo der weiße Pfeil ist, kannst du nochmal springen. Du hast... Ja, genau. Ich warte, dass dieses... Wie eine Katzenvieh hier vorbei ist. Ich dachte, das heißt, man muss da dashen. Ich warte auf euch, damit ihr diesen Ladding-Effekt habt. Pfeil und springen. Genau. Pfeil und springen. Jawoll. Ähm... Epic Rain... Ähm... Nein! Warum? Mein Gott. Das ist so gemein. Was ist das? Wie ist es denn jetzt gerade limitiert? Ist es... Ist es nicht... Jetzt ist es auf einmal pro Stunde limitiert insgesamt, ne? Damit es halt ein bisschen... Da wird wenigstens ein bisschen vernünftig... Das letzte Mal bei Trine hatte ich dann nach einer halben Stunde... Und brauchte ich, bis mein Gehirn wieder damit klarkommt, vernünftig zu spielen. Ja, das stimmt. Ich kann mich auch schon wieder irgendwie hier... Ich bin voll dran gewöhnt, warum gehen die eigentlich nicht ins Ziel? Weil du einfach auch noch was schaffen sollst. Genau. Warum? Weil du das ist ein... Du musst auch Luftsprünge hinkriegen können. Das ist ein Lerneffekt. Ich hab hier schon jedes Level geschafft. Alter. 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 Sehr gnädig, dass wir nicht alle ins Ziel kommen müssen. Ja, das ist sehr gut. Oh, Leute. Crossroad to Challenge. Ach du Scheibe. Ich verstehe. Oh. Oh. Aua. Ja. Oh mein Gott. Ja, fast. Wie soll das denn gehen? Es geht. Mit dem Dash vielleicht? Oh, sorry. Ja, mit dem Dash ist gut. Können wir wieder umdrehen, by the way? Was meinst du mit umdrehen? Können wir 10 Minuten rum? Kann ich mir nicht vorstellen. Das fühlt sich an wie zwei. Ich glaube auch. Ja, der Dash. Der Dash. Ja, den kann ich... Krieg ich den Dash nicht hin. Au. Ha, ha, ha. Der Dash ist geil. Ich bin ertrunken. Der Dash ist super, ne? Oben rechts, oben rechts. Oben links. Was ist oben links? Da ist irgendwas da... Über uns jetzt. Über... Da musst du... Da müssen wir hin. Da musst du hin. Warum? Das ist bestimmt nur ne Falle. Nee. Geh mal hin. Kannst du was machen? Was ist Y? Ah, guck mal. Uh, geh mal hin. Da sind unsere Münze. Da haben wir unsere Münze reingelegt. Geh mal... Ne, warte nach links. Da steht das Tor, was sich geöffnet hat. Ja, ich hab versucht da links zu gehen, aber meine Steuerung ist invertiert. Und... Wir haben das Secret Exit freigeschaltet? Wir haben das Secret Exit freigeschaltet. Wir sind so oft gestorben an der einen Stelle. Oh mein Gott. Das ist so gruselig. Aber... Okay. Oh... Ah, da, guck mal. T1. The Forgotten Temple. Was? Und extra einfach. Hab ich schon umgedreht wieder eigentlich? Au. Nein. Ähm... Was? Okay. Laser. Okay, Laser kommt auch wieder zurück. Nee. Der folgt der nächsten Person. Oder so. Nee, nee. Der geht hin und her. Geht der hin und her? Nee, er geht nicht hin und her. Nee, guck. Oh. Der folgt der vordersten... Au. Ah, der folgt der vordersten... Okay, eine Person muss... Ähm... Ach, warte, doch. Warte. Eine Person muss da oben in diesem Schacht hoch. Hm. Au. Und dann muss eine Person von ihr zum... Am besten nicht alle. Genau. Eine Person muss da hoch. Wir müssen hier hinten warten. Ah... Okay, wir müssen hinten... Und dann müssen wir da schnell... Äh... An dem Laser vorbei. Du musst mal... Komm mal weg. Komm mal weg da. Ja, wohin denn? Komm mal weg da. Ja. Wohin denn? Komm mal weg da. Zu mir. Hier hin. Komm hierher. Oder so. Komm da nicht hoch. Warte. Zu blöd, das zu machen mit umgedrehtem Controller. Ja, mit dem umgedrehtem Controller kriegt das auch grad nicht hin. Ich weiß, was man machen muss. Man muss hin und her springen, aber ich bin gerade zu doof dafür. Ich weiß auch gar nicht, was das mit dem umgedrehten Controller soll. Damit es schwieriger wird, weil die mich gerne leiden sehen. Einfach rum. Du bist doch flüssig und süß. Ja, siehst du? Das sag ich auch, aber das sehen die nicht so. Einer muss zuerst da unten reinlaufen. Genau. Ich weiß nicht, wo der Tod jetzt gerade herkam? Ich bin auf den Kopf gesprungen worden. Au. Weg gelasert. Ah, jetzt hat das fast... Ja genau. Jetzt hoch. Ah, fast. Bleib da um, bleib da um. Hä? Oh Mann! Mann! Lauf! Spring! Flieg! Ja, ja, ja! Dash! Wir müssen dashen! Wir müssen auch schnell durchlaufen. Ja, der Dash ist ja harrasschön. Oh, warte, ich geh weg. Warte. Damit die Säule weggeht. Jetzt musst du damit drüber dashen. Ach, scheiße. Jetzt musst du da noch mal drauf hüpfen. Nee, warte, wir müssen jetzt mal warten, bis Chucky da ist. Müsst ihr? Naja, das zieh ich halt sicher. Dann könnt ihr mal gucken, du kannst ja mal nach oben. Fuck you! Okay. Okay, ich bleib mal hier. Scheiße. Das ist ein gutes Spiel. Okay, ich war zu ungeduldig für den Piranha. Hop, 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 hop! Ich trinke meinen Schluck. Ja, machst du das? Du hast nichts zu trinken? Hm? Du hast nichts zu trinken? Du nicht. Jetzt mach mal den Schalter. Geh mal auf den Schalter. Geh mal auf den Schalter. Ach, ja. Oh nein, oh nein. Ich hab Angst, dass er zu mir kommt. Nee, nee, komm zu mir. Ich bin die nächste Person. Alter, komm zu mir! Ja, weil du näher ran bist. So, warte mal. Jetzt müssen wir überlegen. Warte, warte, warte. Wir müssen, glaube ich, an diesen Kristall da hochgehen. Wir müssen an den Kristall. Und wir müssen über, da wo jetzt der Laser hochgeht. In diesen Schacht müssen wir hochspringen. Ich glaube, ich muss in den Schacht hier. Ja, ja, aber um an die Münze zu kommen. Boah, was passiert hier? Was machst du denn da? Wie ist da plötzlich ne Trippy Shirt gegangen? Boah, was ist denn da oben jetzt los? Was ist das denn? Was ist das? Da ist oben gerade irgendwas explodiert. Oder zusammengegangen oder so. Ja, zusammengegangen. Vorher ist da ne Klapptür geklappt. Was macht dieser Fische? Wenn ich jetzt hier hochgehe, dann werde ich vermängelt. Aus unerschönlichen Gründen. Ja, vom Schalter runter. Oh, sorry, warte. Also ich glaube, jetzt sind aber die 10 Minuten um. Danke. Meine Freunde. Ich deklariere jetzt, die 10 Minuten sind um. Danke. Dann kann ich jetzt nicht mitspielen. So, willst du mal hier stehen bleiben? Dann versuche ich das auch mal. Oh, ich bin... Nein, nein, ich war schon oben. Ich stand doch schon oben drauf. Oh Gott. I see. Bleib da bloß stehen, bleib da bloß stehen. Au. Was passiert denn da? Ich hab's ja nicht ganz verstanden. Da geht... Also, man springt hoch, dann geht unter einem ne Klappür zu. Auf die kann man sich drauf stellen. Dann muss man aber schnell weiter. Genau. Und jetzt ist das stehen bleiben. Sonst kommt nämlich... Aber was bringt uns das jetzt? Doch, jetzt... Jetzt ist doch der Schacht frei. Du kannst da hoch. Der Rote. Der Rote. Nein, rechts hoch. Oh, du warst doch schon richtig. Nee, der ist doch nicht frei. Nee, der ist nicht frei. Und jetzt? Wenn ich da hingehe, ist der Laser immer noch da. Ja. Du kannst da unter durch. Kannst du nicht unter durch krabbeln? Dann dash. Doch, doch. Mit Shift. Mit dash. Du musst rennen und dashen. Dann kannst du da durch. Sonst sterb es. Genau. Deswegen... Irgendwas muss... Irgendwas muss hier mit... Genau. Irgendwas muss hier mit sein. Ich hab ne Idee. Kannst du hier drauf springen? Nee. Kann man auf diesen grünen Plattformen überhaupt planen? Oder sind die Hintergrund? Deswegen nicht. Der Laser mir entgegenkommt. Wie ein Mann. Okay, war ne gute Idee. Wir lassen das nochmal versuchen. Irgendwas muss es ja mit dem Schacht da oben zu tun haben. Ich bin einfach nur so'n Page hier, der die Tür offen hält. Ähm. Kann gar nichts mehr machen. Nee, da kommt der Laser mir immer entgegen. Kann ich jetzt vielleicht hier... Warte, warte, warte. Na komm nochmal her. Ich hab noch ne andere Idee. Au. Warte. Gib mir ne Sekunde. Hahaha. Au. Warte. Gib mir ne Sekunde. Nein. Oh. Verdammte Wasserfische. Und so. Ich hab noch ne Idee. Ja, was denn? Ich mach erstmal rüber hier. Willkommen in der Kaninchenkolonie. Yuuzongi. Yuuzongi. Was denn? Ich hab noch ne Idee. Schau mal, wenn ich hier hingehe, kommt der mir entgegen, der Laser, wenn da keiner... Äh, oder auch nicht. Ich hab diese Lasermechanik schon ganz verstanden. Ja, wenn du da bist, du am nächsten, da bist du am nächsten, deswegen komme ich zu dir. So, äh, was war... Eine Idee ist, wenn ihr beide da oben steht, dann gehe ich wieder zurück nach links. Nach rechts meinst du. Nach links. Was willst du denn links? Hey, nach rechts! Ja, warte mal, guck mal, jetzt geht er doch auf mich, guck mal hier, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal, guck mal! Ja, aber wenn... Ich will... Ah, okay. Aber, das ist es, äh, du musst mal sterben, stirb mal, Benni. Du musst sterben? Stirb. Und dann warte, bevor du stirbst. Äh, ich kann mich nicht mehr bewegen. Du bist rausgetappt. Ähm, aber wenn du stirbst, dann geht der Laser hier auf Chucky. Chucky muss dann warten, bis er kurz davor ist, dann muss er den Schacht runter, dann ist er nämlich in dem Schacht geschützt vor dem Laser. Und dann kann er nämlich vor dem Laser laufen. Ne, ich glaub, ein anderer muss vor dem Laser laufen. Wenn ich hier stehe, kommt er zu mir. Dann muss einer unten durchlaufen. Ah, das ist gut. Auch ne gute Idee, ja, warte. Warum? Nimm scheiß Schacht! Du läufst da aber auch rüber, als gibt's keine Hindernisse. Gibt doch keine Hindernisse außer dich! Geh doch von dem Schalter runter! Ach, das Ding stört dich doch gar nicht, dann kippst du doch durch! Ja, aber siehst du, das kippt ist... Ah, nein. Ne, 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 ich muss, ich muss unten warten, ich muss unten warten, damit... Muss unten warten, genau. Geh doch mal vor dem Schalter runter, Benni! Warum denn? Das ist ein Hindernis und das ist ein zusätzliches Hindernis. Es ist kein Hindernis! Doch, wenn... Wenn er versucht durchzuspringen, da unten ist, gerade kommt er nicht rüber. Du machst mich auch fettig! Oh, jetzt musst du glaub ich loslaufen. Ja, ja, nein, fast! Oh Gott! Wenn es oben stehen bleiben müssen! Ich weiß nicht, warum ich runtergefallen würden. Benni muss verbrannt werden! Au! Wurde gerade geschrieben, also kam nicht von mir, die auch. Ich überlege gerade, das Problem... Ja, das ist halt das Problem, dass... Ne, man ist nicht schnell genau oben. Das ist echt nicht ganz... Ne. Ja. Ihr müsst das mit Gehirn lösen. Wir haben doch drei. Ja, ja, also Gehirn ist jetzt auch schon übertrieben. Hä, wie krass bist du da gerade durchgeknippt? Du läufst immer sofort hoch, ohne zu überlegen! Ich überlege die ganze Zeit! Aua! Ups! Du handelst! Das ist überlegen! Das ist überlegen der nächsten Stube! Möchtest du jemand anderes hier hochstellen? Achso! Aua! Mach mal die Tür auf! Ja, ich bin nämlich auch der Meinung, dass das... Au! Ich hab echt die geilste Aufgabe hier! Au! Du kannst sowas anderes machen, das ist... Du kannst doch selbst da hoch! Das müssen auch alle hoch! Ich weiß es ja nicht! Das geht, oder? Ja, ja, du kannst es selbst mit Hilding dann durchsprengen! Das ist ja wirklich ein Hindernis! Ach! Gucke mal! Das hab ich nicht mal gesehen! Aber vorhin ist Mr. Cutterfeater 47 mal durchgeknippt! Ja, das stimmt, aber... Oh fuck! Nein, ich bin da nie durchgeknippt! Ähm... Ich frag mich immer, warum geht der eigentlich zurück, obwohl ich drauf stehen bleibe? Ach, weil ich... Weil der... Weil der... Genau! Das ist ein Timer! Oh, okay! Bin ich auch endlich mal wieder gestorben! Ach! Bin ich gedasht! Na ja, links kommst du nicht hoch, weil der... Aber wenn ich... Oh, warte mal jetzt... Ablenken! Könnt ich dich so halten? Ja, bleibst du hier, Chucky? Ich heil ihn so! Oh! Hahaha! Dieses Fenty Fire ist echt der Tod! Es ist... Ja, genau! Au! Scheiß Fisch! Ach fuck! Also, die Sache ist ja, diese ganze Level müssen ja auch alleine schaffbar sein! Fällt mir gerade ein! Müssen sie? Das ist ja auch ein Singleplayer-Spiel oder nicht! Ich weiß es nicht! Aha, interessanter Gedanke, Chucky! Ich weiß nicht, ob das... Ob sie... Ob das Spiel auf Coop ausgelegt ist oder ob man es auch alleine schaffen kann, alles! Ja! Du warst doch da! Ja, warte, warte, warte! Ne, du musst... Ne, du musst ja nach links! Genau, ich muss nach links! Ja, du musst erst links und da... Au! Ne, du musst Ali erst rechts, dann links und dann wieder rechts! Ah, fast! Genau da ist der sweet spot! Oh! Halt die Seite! Ich hab mich... Für rot gehalten! Warte, wozu ist denn der Turm in der Mitte oben? Da musst du aufhören, weil's gut sein! Ah, Fisch! Erst verstehe ich auch nicht so ganz, wofür der Turm da ist! Ah, Fisch! Fisch! Über die Fische müssten wir doch jetzt hinweg sein! Ich nicht! Benni, kannst du mal rüber zu mir kommen? Versuch dabei nicht zu sterben! Ah, okay, nevermind! Ja! Oh, das gibt's doch nicht! Ich glaube, das ist wirklich die Lösung! Dass Benni da steht und... Oder einer da steht und da... Ähm... Ablenkt! Ah! Ich bin nicht ganz hoch gekommen! Aber das ist ja wirklich die Frage... Was die... Ähm... Au! Was der mittlere Turm macht! Vielleicht ist der wirklich ne Ablenkung! Ist ja ne bloody Trapland! Ist einfach alles ne Trap! Wie gesagt, ich glaub das ist halt, um Slime zu schaffen! Um das Slime zu schaffen! Um das Slime zu schaffen! Um das... Um das allein zu schaffen! Dass man den... Dass man den Laser ablenkt und dann drunter durchschloss! So wie ich das mir überlegt hatte als erstes, ne? Ja, ja, ja! Um das Slime zu schaffen im Sinne von Worldbuilding! Das ist so! Ne, ne! Ja, genau! Dann müsste aber Benni halt noch da weg, um das auszuprobieren! Aber jetzt machen wir's auch... Aaaaaaah! Okay, Lab versucht ihr das mal mit dem Weg... Was zum Geier? So langsam! Ah, nicht schlecht! Genau! Das war mein Gedanke! Au! Genau! Ah, das ist nicht vollkommen! Ja! Schlecht! Das meint nämlich, dass die Levels auch allein schaffbar sein müssen! Da hat wieder ein Fisch gestorben! Au! Und jetzt haben wir nämlich das erste Problem wieder! Ich dachte wir sind über die Fische drüber! Ja! Ja, hinweg, dachte ich! Ich komme! Hahaha! Geht! Au! Jetzt! Überlebe Benni! Ah, Fisch! Ich bin ein professionell trainierter Monocle-Träger! Achso, Entschuldigung! Schalter aus! Ich stell mich doch auch an gerade! Nein! Jetzt bleib ich mal hier und versuch's das einmal da oben! Wann wird denn diese, äh, Quetschis einge... Keine Ahnung wann die... Ich hab die das erste Mal gerade gesehen! Äh, wenn man da länger stehen... Wenn man da länger stehen bleibt... Länger da bleibt! Ja, ja... Da ist eine... Entwege nach Hause! Nee, geht ja nicht! Doch, du musst näher an den Rand! Dass der Laser zu dir kommt! Ja, aber er geht dann automatisch wieder zu euch, wenn... Ja, und dann musst du schnell... Achso, ja! Wir müssen alle da hoch! Okay! Oder tot sein! Ja, aber... Todes scheiße! Nein! Oh! Oh, ein Glück! Da oben ist glaube ich echt besser, weil dann haben wir nicht das Problem, dass wenn einer... Wenn einer stirbt... Wir haben einen Hinweis! Vielleicht wenn man das Auge links berührt... Das... Nee, nee... Achso, das... Achso, das soll ein Hinweis sein, wenn das Ding aktiviert wird... Achso, diese Fische! Die Fische, ne? Die Fische! Nein! Alter, die... Falltür... Entschuldigung... Oh Gott, die kommt auf die Tür! Habe ich nicht gesehen! Ich habe nicht hier nicht geguckt! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Schnell durch! Ihr müsstest jetzt überleben! Ich habe nicht hier nicht geguckt! Ah! Das ist doch knapp! Lass uns das nochmal mit dem ersten Weg versuchen! Ich weiß nicht mehr, was der erste Weg war... Der erste Weg war, dass einer da oben rumhüpft... ...wie ein junger Gott an der Wand... ...und der andere dann da durch... Achso! ...slidet, weil das hatten wir ja auch einmal fast geschafft! Ah! Okay, ready? Ready! Ich freue mich schon auf das Endgame! Okay! Das End... Das zweite Level, ne? Sozusagen... Was wir hier gerade spielen eigentlich! Au! Das ist das erste Extra-Level! Die sind bestimmt super besonders! Extra hart! Los! Go! Au! No! Ach man! Ich habe den Wandsprung nicht geschafft! Aber doch... Ich glaube, das ist dann doch der beste Weg! Kann das sein? Ja, ja! Es darf halt keiner unten stehen und den ablenken! Ich gehe ein Stück zum Rand und dann kommt der Laser zu mir! Oh Gott, da kommt... No! Irgendwann kann... Wann kann denn diese... Wann kann denn die Stamper? Ich habe Angst vor den Stampern! Vielleicht ist die Lösung auch, dass einer oben stehen muss, damit dann jemand, der unten ziemlich weit links ist, der nächstgelegene ist und denn der Weg relativ weit... Ach nee, dann... Ah... Ich bin nicht sicher! Ah! Au! Entschuldigung! Haha! Au! Sorry! Ach fuck! Oh Gott! Lauf! Go! Junge Gott! Fast! Nein! Ja! Oh Gott! Ich bin zu... Das war eigentlich schnell, wenn man slidert! But sure! Ich meine jetzt noch mal die Katzenkratzablenkung hier! Äh... Ich glaube, das war nicht schnell genug! Ach! Ne, man kommt den letzten Wandsprung, kriegt man schon... Laser muss weiter nach oben ballern! Ja! Deswegen! Das ist, glaube ich, der Weg mit dem da hinten echt ganz gut! Hahaha! Ähm... Kater, du stehst da blöd! Hahaha! Hahaha! Ihr habt gesagt, ich stehe da blöd! Au! Los, Benni! Go! Au! Das war fantastisch! Oh nein! Ich hab's nicht geschafft! Oh Gott! Ich sterb an... Dummheit! Wie lange ich euch nicht geglaubt habe, dass sie falsch für ein Hindernis ist! Hahaha! Bisschen traurisch! Oh mein Gott! Fehler! Äh... Au! Da hätte ich mal durch müssen! Ich hab... Ich hab... Ich hätte den Run for the goal machen sollen! Äh, nein! Nein! Oh mein Gott! Hey! Man ist vor dem Tod geschützt, wenn man sich dugt! Ja! Nein! An der Stelle! Alle! Ne, ne, immer! Also man ist vor... Vor... Vor den... Nicht vom Laser! Ähm... Ne, genau! Von anderen! Aber von anderen! Genau! Vom Kopfsprung tot! Fuck! Der allseits bekannte Kopfsprung tot! Hahaha! Der Mario tot! Gumba tot! Hahaha! Wie sind die Gumbas? Klass... Klassischen Gumba tot gestorben! Das sind alle Gumbas! Wonach geht der Laser beim Ziel? Der geht zur nächsten... Zum nächsten Fisch... Äh... Zum nächsten Katzen! Zur nächsten Katze! Ne! Die sind alle Fischer! Was meint ihr? Wie... Wie viele Leute in... In der echten Welt sind schon den Gumba tot gestorben? Hahaha! Gumbas! Hahaha! Gestorben sie... Indem ihnen jemand auf den Kopf gesprungen ist! Hahaha! Ah! Ja... Ihr steht da doof! Der Laser geht super schnell zu euch zurück! Was ist denn ne gute Frage? Ja warte! Oh Gott! Ich schätze 5! 5! Vor ne Weltwahl! 5! Ach shit! Warum?! Ah! Immer dieser letzte Sprung ist zu knapp! Ich überlege gerade in welcher Konstellation jemand durch einen Gumba tot überhaupt... Haha! Also... Ich auch! Ich meine die Tatsache ist... Zum einen... Jemand muss auf den Kopf... Springen... Und dann... Er muss halt fallen! Mit einer Macht, dass man davon stimmt! Ah fuck! Ja die muss halt fallen! Also die muss halt irgendwie echt von weit oben fallen! Auf den Kopf von jemandem! Was hab ich gesagt? Dichtester Spieler! Genau! Also immer Cutter! Hahaha! Hahaha! Ihr seid keine Fische! Ihr habt keine Flügel! Stimmt! Genau! Fische haben Flügel! Wie wir ja wissen! Wenn du... Wenn du ständig springst ist halt blöd weil... Okay ich spring nicht ständig! Vor Leuten auf den Kopf springst! Muss warten bis einer unter dir ist! Ich gelobe! Ich spring keine Leute mehr auf den Kopf! Mehr als 12 Leute sagt Mark! Mehr als 12! Es könnten auch 57 sein! Ich... Ich... Mir fällt keine Situation ein wo sowas passiert! Wie... Wie? Erkläre! Vielleicht muss Chucky hier rüber kommen! Oder da hoch! Ist auch okay! Ah Achtung! Ich hab noch was rausgefunden! Ja da hinten ist der Tod! Das ist auch der Tod! Glückwunsch! Du hast rausgefunden! Da sind Spikes die dich töten! Wuh! Oh nein! Sei nicht so! Äh... Sei nicht so! Ich hab das wirklich was rausgefunden! Sei nicht so! Finde ich gut! Ach! Mach's langsam! So! Das ist der beste Spruch überhaupt! Was macht eigentlich... Was macht eigentlich der Pinke da? Das ist Cutter! Ja ich... Ich bin hier damit der Laser... Also ich bin so weit weg, dass Chucky seinen Bath machen kann! Warte Chucky! Chucky! Warte! Aber wenn... Wenn er stirbt... Nee! ...ist der Laser keine Hinderung! Benny ist nah dran! Benny ist das Problem! Genau! Benny muss sterben! Und ich stehe ja in Sicherheit! Warte Chucky! Ich hab gerade gesehen! Da links oben, wo die Fackeln brennen über deinem Kopf! Ja! Eben der Doppelfackel links ist ein massiver Block! Und den kann man hoch! Der Rechte ist nicht massiv! Der hat nämlich keine Outlines! Siehst du? Den meinst du! Und dann? Den meine ich nicht! Den meine ich nicht! Das bringt dir gar nichts! Versteck! Ich meine den da drüber! Auf den allerhöchsten sozusagen! Und was bringt mir das? Dass vielleicht man damit den Laser so weit nach oben locken kann, dass dann jemand anderes Zeit hat... ...funktioniert, außer dass Chucky... ...den Warnsprung nicht hinbekommen hat, oder? Ja, ich bin ein Stück zu langsam! Ach, du bist so langsam! Okay! Ich glaub, da kommt... Ah, da kommt man auch! Guck mal, da kann man nämlich hoch! Kannste mal sterben, Benny! Oder da hochgehen! Siehst du? Das könnte doch interessant sein! Ja! Piranha! Ja, das könnte wirklich schon... Autsch! Interessant sein! Wirst du das meinen? Da muss auch einer unten durchlaufen, bevor ich... ...bevor der... ...der da oben ist, stirbt! Genau! Aber das Ding ist ja, dass du im Zweifelsfall... ...deswegen stehe ich übrigens hier unten, damit das nicht... ...damit wir nicht mit dem Laser wieder das Problem haben von Anfang... Du glaubst, dass du eine Funktion erfüllst! Du glaubst! Ist okay, ich hab so... Ach Gott! Ich hätte mich nicht bewegen dürfen! Also wenn der Laser zu mir kommt, musst du unten drunter durchlaufen! Aber wieso sollte der Laser zu dir kommen, wenn Benny da unten steht? Ja, jetzt... Du musst warten, dass er ganz oben bei mir ist! Oh, okay! Ja, so... Nicht so ganz! Drück dich mal da hinten! Oder so! Ach, dieser Wunsch! Das ist der Way to go! Dieser Wandsprung! Deswegen! Ich glaube, dass das der Way to go ist! Ja, aber schwarz noch weiter oben! Das klappt auch mit Chuckies These zusammen, dass man das auch alleine schaffen kann! Ja, ja klar! Das muss ganz oben drauf, genau! Wie kommst du denn da hoch? Du musst ein Stück nach außen springen und dann in die Wand, genau! Ach du Schande! Und dann musst du an den Rand stellen und warten, bis der Laser bei dir ist! Und da nach hinten oder wo gehst du runter? Ja! Aber nee, der kommt ja noch... Nee, aber wir lenken den ab! Warte! 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 Okay! Oh Gott! Man behält sich im Chorball echt mehr gegenseitig, als dass es hilft! Ja, ne? Was? Wie hab ich jetzt überlebt? Au! Au! Flash! Langsam! Au! Genau! Weißt du, dass Chunkys Katze ein bisschen einfach durch diesen grimmigen Blick wirkt, als wäre... Das sieht aus wie so ein... Das sieht aus wie ein Rambo oder sowas! Ja, genau! Oh! Schau, ich bin direkt von mir selbst beschäftigt! Ich kann jetzt nicht auf Chucky gucken! Habt ihr euch schon wieder dran gewöhnt, richtig rumzuspielen? Ja, ist der gut! Gehen, gehen! Nimm die... Nimm die Kristalle! Du hast es geschafft! Meine Güte! Glückwunsch! Geh mal nach links! Geh mal nach rechts! Ich schuck mal nach oben! Ja, schuck mal nach oben! Lasers einfach aus jetzt! Genau, geh mal nach rechts! Du hast ja die Laser zerstört! Wie wär's nochmal gestorben? Wo haben wir denn angekommen? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die Hälfte war meine! Die Hälfte war ich! GG! Chakbo! Ich finde, man müsste nochmal den Sieg Run sehen! Ohhhh! Ja, das stimmt! Das finde ich auch gut! Hat dir das Video gefallen und du willst mehr sehen? Werde ein Abonninchen! Willst du schon eines? So lass doch eine Pfote nach oben da! Danke! Cool! Dann, du hast ja viel Spaß gemacht! Das war ja auch so! Oh mein Gott! 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 Untertitelung des ZDF, 2020